BWL für Nichtkaufleute. Ich möchte Ihnen den Kurs vorstellen. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Betriebswirtschaft denken? Was fällt Ihnen da ein? Vielleicht Zahlen, Kennzahlen? Ja, wichtig, Kennzahlen. Wir werden ganz viel über Kennzahlen sprechen. Ich verspreche Ihnen, dass keine Kennzahl ohne Bedeutung bleiben wird. Das ist der Anspruch des Kurses. Ja, Management. Es geht natürlich um Unternehmensführung, um Management eines Unternehmens. Karriere. Sich mit Betriebswirtschaft auszukennen hilft bei der Karriere, weil das betriebswirtschaftliche Handeln von Unternehmen, also für jedes Unternehmen absolut wichtig und elementar ist. Und sich da ein bisschen auszukennen, ist in der Tat hilfreich. Ich freue mich da über das Interesse. Mehrwert erwirtschaften? Ja, darum geht es. Wir müssen Mehrwert erwirtschaften. Das zieht sich durch, durch den ganzen Kurs, wie man Mehrwert erwirtschaftet. Und zwar für die Kapitalmärkte. Die Kapitalmärkte dort, wo Unternehmen Geld bekommen, woher sie Geld bekommen, ob das jetzt also ein Markt ist, eine Börse, ein großer globaler Kapitalmarkt oder eben sozusagen mein kleines Unternehmen um die Ecke. Überall muss Geld, da muss überall Geld herkommen. Und für die müssen wir auch diesen Mehrwert erwirtschaften. Das ist wichtig, wo wir unser Geld herkommen und was dort die Anforderung ist. Unternehmen. Genau, das ist mein Fokus. Ich betrachte Unternehmen. Die betriebswirtschaftlichen Vorgänge spielen sich auch in anderen Organisationen ab, möglicherweise in Behörden, möglicherweise auch in Vereinen, in Non-Profit-Organisationen spielen diese Aspekte auch eine Rolle. Aber meine Beispiele kommen alle aus Unternehmen, weil das sozusagen die Urform für unternehmerisches Handeln ist. Kunden. Ja klar, Kunden. Ohne Kunden läuft hier gar nichts. Die Kunden spülen ja das Geld rein. Wenn die die Produkte kaufen, spülen die das Geld rein. Auch das wird natürlich immer mitschwingen. Die Kunden erwirtschaften den Mehrwert im Übrigen. Das werden wir sehen. Ja, wir müssen Geld verdienen. Genau, Mehrwert erwirtschaften, genug Geld verdienen. Mitarbeiter, damit sozusagen die Kunden gute Produkte kriegen, damit sie gute Dienstleistungen bekommen, damit sie zufriedengestellt werden können und dann uns das bezahlen. Dafür sind natürlich die Mitarbeiter verantwortlich. Sehr, sehr wichtig natürlich die Mitarbeiter des Unternehmens. Organisationen. Ja klar, das ist alles irgendwie organisiert im Unternehmen. Wir haben eine Aufbauorganisation, wir haben eine Prozessorganisation in irgendeiner Form. Das wird nicht so sehr der Inhalt hier sein. Das ist ein anderes Thema in der Betriebswirtschaftslehre, sondern mir geht es speziell um die Inhalte der Betriebswirtschaftslehre und weniger um die Organisation, wie das dort dann abläuft. Wir werden gleich wohl natürlich sehen, wie das abläuft. Controlling. Controlling ganz zentral und Controlling zieht sich auch komplett durch. Wir müssen kontrollen, dass es gut läuft, dass wir diesen Mehrwert erwirtschaften generieren. Marktwirtschaft. Wir leben in einer Marktwirtschaft. Hier finden marktwirtschaftliche Prozesse statt. Im engeren Sinne braucht man Betriebswirtschaft auch in anderen Wirtschaftsformen, aber hier entstammen die Bezüge natürlich den marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Möglicherweise sind das Begriffe, die Ihnen einfallen zum Thema Betriebswirtschaft und wir werden uns damit beschäftigen. BWL. BWL steht für Betriebswirtschaftslehre. Das ist die wissenschaftliche Richtung. Ist die Wissenschaft der Unternehmensführung. Es geht um Unternehmensführung. Betriebswirtschaftliche Zahlen bilden das Verhalten der Stakeholder ab. Stakeholder sind die verschiedenen Gruppen von Organisationen, von Menschen um das Unternehmen drumherum, die alle irgendwie mit dem Unternehmen interagieren. Zum Beispiel die Kunden oder Lieferanten oder auch Wettbewerber sind Stakeholder. Und wenn wir mit denen interagieren, dann wird das in Zahlen abgebildet, im Jahresabschluss ganz konkret. Der Jahresabschluss wird ein wichtiger Teil dieses Kurses sein, damit wir sehen, wie sich das abbildet. Der Erfolg von Unternehmen wird anhand von Kennzahlen gemessen. Klar, wenn wir Zahlen zusammenstellen, gibt es natürlich auch Kennzahlen, bestimmte, besonders wichtige Zahlen, anhand der wir messen, ob wir erfolgreich sind. Und diese Kennzahlen werden hier natürlich eine ganz zentrale Rolle spielen, die Unternehmen generieren, um ihren Erfolg zu messen, um zu sehen, läuft es oder läuft es nicht. Und genau damit werden wir uns beschäftigen. Ich sage es nochmal, weil es wichtig ist, jede Zahl, die wir hier erwähnen, die ich hier erwähne in diesem Kurs, mit der Sie sich beschäftigen werden, wird mit einer Sinnhaftigkeit hinterlegt. Eine Herausforderung ist oft, die Kennzahl und die Zahl wirklich gut interpretieren zu können. Und deshalb lege ich da natürlich Wert drauf, dass da eine gute Interpretation hinter steckt. Controlling. Durch Controlling versuchen Unternehmen, die Kennzahlen zu verbessern. Wenn wir das Ziel haben, bestimmte Kennzahlen zu erreichen, dann müssen wir ja da irgendwie hinkommen. Und Controlling heißt im Grunde nichts anderes, wie dafür zu sorgen, dass eine bestimmte Kennzahl da rauskommt. Das ist auch der Inhalt. Damit werden wir uns beschäftigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017